Wieder einen schönen Tag in Ormana und unser VIP-Auto, Dorfs Kaffeehaus. Wir sind im Ormana-Dorf, eine schöne Moschee, wieder eine schöne Dörferfahrt mit VIP-Gästen. Wir essen in einem Dorfsrestaurant die Vollspeise, Leckersuppe, Linsensuppe und dann kommt auch noch die Hauptspeise, unser Chef. Schmeckt es? Sehr gut. Lecker. Guten Appetit. Und das ist der Hauptgerächt. Lecker? Lecker. Na, dann genießen Sie es. Das heißt ja das Köfte oder so. Köfte. Richtig, aus dem Dorf. Das Fleisch kann man nicht vergleichen mit dem in der Stadt. Das ist echt von dem Dorf. Pure Natur, Sie essen von Natur. Deswegen ist Fleisch wirklich sehr lecker. Nicht zu vergleichen. Kein Pferd wie Ikea. Wir sind jetzt auf die Berge vom Dorf Ibradi. Man erlebt wirklich vier Jahreszeiten in einem Tag. Unser VIP-Boss. Na, ist das schön da? Hier ist überall schön. Und wie ist der Ausflug? Sehr schön. Ich will es hören? Super. Ja. Sehr gut ist der Ausflug. Ja. Ja, wir werden Sie weiter empfehlen. Danke. Wollen Sie auch was sagen über unsere schöne Dörferfahrt? Spitzenmäßig. Und die Dame finden Sie auch so? Wunderbar. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und mit dem machen Sie das? Erleben Sie diesen Ausflug? Mit UFO. Ich habe nicht gehört. Mit UFO. Oh, schön. Gleich kommt diese. Gleich kommt diese.